Huch? Äh... Ja? Ich äh... Naja, jetzt könnten sie ja auch von hinten zu dem gehen, ne? Also nicht einfach liegen bleiben, sondern... Da unten kommt auch einer. Waren sie denn? Ja, eins, zwei, drei, vier... Könnte sein, ne? Lieber? Guck, leg dich doch hin, Mädchen! Vielleicht solltest du noch einen Portierer erledigen. Ist da noch immer? Links, 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 links... Ja. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Wie sieht es aus? Ja. 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 Kannst du die Pilze da mit dem Messer wegstechen? Ja. Kannst du die Pilze da mit dem Messer wegstechen? Ja. Ja, da unten krabbeln was. Jetzt links. Links. Trick links. Ja, und jetzt weiter. Ja, da unten. 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 Ich will auch mal mal wie du. Na komm, ich war jetzt mal hier sowas. Ja, jetzt kann ich immer selber essen. Nein, eigentlich. Aber es geht. Was auch immer. Kann ich nur selber essen. Brauchst du doch nicht. Ey, die hat bestimmt noch keinen Hunger. Naja, aber... Ey, die wird sich schon... Ey, fuck! Das kann nicht sein. Na, verstehe ich jetzt aber nicht. Ne, ich aber nicht. Will sie eine rosa Schrazi? Ah, ne, die steht doch noch so feines Essen. Also richtiges Essen. Ja, aber das Zieger hat sie gegessen. Ja, auch kein Fröschen. Ja, ich hab geessen mit ihm. Soll ich noch mal? Ja, dann beeilig. Und lass uns nicht hin. Komm. Schon mal kein Messer. Genau, so macht man ein Schlagespiel. Wer braucht schon ein Messer, aber? Na ja. Ist egal worum. Ja, ich hab auch ne Stücke, die Mädchen. Bisschen nervt so. Hm. Hey, wir sehen ja was. Mal ausprobieren. Hm. Die verliert doch echt schnell Ausdauern, ne? Hm. Ich glaub's einfach nicht. Vielleicht sollten wir bei ein Heilmittel noch. Aber ich hab's nicht. Ist okay. Ja, wenn die ihre Ausdauer weg ist, dann... Echt. mal push Saintemain. Was ist denn los? Scheiße. Scheiße. Du musst wissen, du bist. While the hell нет... Sehr gut. Es ist ja jetzt nicht mal meine... Nicht mal meine Schuld, weil wenn ich ja nichts zu essen geben kann... Oh, warte, wir haben noch... Ich hoffe zumindest, dass wir am Rucksack noch... Ne, das ist nur das drin. Ach, das ist okay. Ne, geh doch einfach mal. Wenn sie mitkommen würde, ja. Ne, geh doch einfach. Jetzt müsste sie nur mitkommen, dann müssen sie mitnehmen. Vielleicht findest du einen Hasen oder sowas. Das ist einfach scheiße jetzt. Markus, guck dich doch mal bitte im Gebiet um. Ja, kann ich doch, aber... Wenn die Vorher Schöpfung umfällt, ist das natürlich mega kacke. Na, ist da was bei der Person gewesen? Läsen. 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 Tut uns leid. Ok, ich habe mir auch schon gesehen, du darfst. Kannst du jetzt oder auch? Was? Du musst mich töten? Du hast mich nicht mehr zu töten! Oh, verdammt! Ich bin nicht mehr zu töten! Sorry, es musste sein. Es ging nicht weiter. Oh nein! Nein, Gott sei Dank. Wo war das? Wo war das hier? War das am Anfang? Das nachdem jetzt die Klupe kam. Aber das Problem ist, beeil dich jetzt mit dem Töten! Weil sonst ist das selbe Problem wieder und dann kommen wir gar nicht weiter. Weil die ganzen Rationen sind jetzt schon aufgebaut. ich weiß, was ihm heisst. Da kommt der. Auch wie die Diva. Was ist falsch? Gut, einfach durchhalten jetzt erstmal. Soll ich die Wache dann einfach töten? Ja. Na, jetzt zieh dich erstmal. Keiner lauft erstmal. Ja, du musst mitkommen. Ich kann nicht so schnell. Da oben ist einer. Da oben. Das ist ein richtiges Problem jetzt. Guck nochmal was an. Oder? Jetzt was. Mhm. Mhm. Naja, ich zieh wenigstens. Das kann sie essen. Mhm. 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 Oder echt, ne? Na, vergiss es. Vielleicht ein Spiel für... Vielleicht ein Spiel für... Aber... Wahrheit. Achso. Hey, äh, dann geh erstmal weiter, oder? Jetzt durchs Gebiet, richtig? Ja, aber komm mit. Ja, komm mit. Ja, komm mit, glaube ich. Ja. Ja, siehst du mich? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist schön. So, jetzt lagen sie versteckt. Ja. Aber noch ein Stückchen. Ich töte das vierte, aber jetzt kann sein Schein wieder essen. Ha, kann sein. Ach, vielleicht ist es auch so ein, ähm, eine Hilfe. Dass sie es am Anfang gemacht haben, ohne... Dass also ihre Delikatesse... Das ist vielleicht schon. Und dass es jetzt, äh, vereinfacht wurde. Kannst ja gleich mal testen, ob sie das essen kann. Schlange. Die braucht ja eh was, ne? Ja, bald. Ne. Ne, Schlange wollte sie ja nicht essen. Ah. Aber noch auf einmal. Ich muss doch das müssen fixen. Na? Ja. Ich sehe ihn. Oh, ich weiß nicht. Die lange. Und dann einfach zum nächsten Gebiet? Ich hoffe es. Deswegen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich geh mal raus. Ich weiß nicht, oder? Ah, nur schloss family. Keinen. Was für die Klammer? Ach, egal. Ist das ihn? Nein. Bewegungsmöglichkeiten? Nein, nein, nein. Los. Du bist. Ja, kann ich nicht. Iva, komm. Dann stell dich schon mal hin, auch dran. Vielleicht geht's schon. Nichts essen. Ich hoffe, das ist jetzt echt auf See. Es war aber erst Ost, ne? Wir müssen Nord. Ja. Wir müssen doch jetzt noch Norden kommen.